Hallo und ganz herzlich willkommen bei Saiboldsoft. Heute geht es mal um den Kompatibilitätsmodus von Windows und zwar geht das hier gezeigte ab Windows XP. Zu Demonstrationszwecken habe ich jetzt hier mal Windows 10 und wir haben hier auf der linken Seite ein altes Windows Programm, nämlich Winamp in einer alten Version, Dateiversion ist hier die 5.6.2 und dieses Programm das ist ungefähr aus dem Jahre 2011, 2010, 2011 sowas und das wollen wir jetzt hier mal unter Windows 10 im Kompatibilitätsmodus installieren und ihr wisst ja wie das geht, rechte Maustaste auf die entsprechende Anwendung, dann hier auf Eigenschaften, müssen wir erstmal den Zulassenhaken rein machen und dann hier auf Kompatibilität und jetzt hier Programm im Kompatibilitätsmodus ausführen. Hier unten können wir dann entsprechend das Betriebssystem auswählen, in meinem Beispiel hier Windows 7, können wir bei den Voreinstellungen belassen. Zum Abschluss dann hier unten noch auf Übernehmen und auf OK, wir können uns hier noch den Admin mit reinhauen, OK, Übernehmen und OK. Jetzt ist das Programm hier soweit vorbereitet, ich habe zu Demonstrationszwecken auch nochmal den Firefox im Kompatibilitätsmodus laufen und jetzt fehlt uns aber von Windows hier die Möglichkeit eine Übersicht aller Programme aufzuführen, die derzeit im Kompatibilitätsmodus laufen. Die Software Schmiede Neosoft hat dazu eine Lösung entwickelt, das haben wir hier entsprechend, die Software Schmiede Neosoft hat hier ein Programm entwickelt, welches uns diese Arbeit abnimmt, mit der wir dann eine Übersicht haben von allen Programmen, die im Kompatibilitätsmodus ausgeführt werden. Laden wir uns das Ganze also hier herunter, den Link findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Ich gehe hier auf Speichern, das ist ein ganz kleines ZIP-Archiv, wir können uns jetzt den Ordner öffnen, rechte Maustaste auf die heruntergeladene Datei und dann hier auf Öffnen mit. Wenn ihr dann Winzip oder Win7 oder irgendwie so was installiert habt, könnt ihr das damit öffnen. Ich verwende jetzt hier einfach den Windows Explorer, ok, schieben wir uns das hier raus. Das Ganze braucht nicht installiert zu werden, das ist wirklich nur eine kleine Anwendung und dann wird die Anwendung jetzt hier starten. Da kommen wir eine Liste angezeigt, mit allen Programmen, die derzeit im Kompatibilitätsmodus laufen. Hier, wo das Programm zu finden ist, als welcher Benutzer das Ganze läuft, ob die Datei noch existiert oder die Anwendung noch existiert, die entsprechende Windows-Version, als was das ausgeführt wird, ob es mit Admin-Rechten ausgeführt wird oder nicht, hier die entsprechende DPI-Skalierung und so weiter und so fort. Wirklich eine sehr übersichtliche Liste. Wir können die Liste hier oben aktualisieren, wir können uns entsprechende Einträge hier in die Zwischenablage kopieren. Wir können die Liste natürlich auch speichern und das ist sicherlich eine schöne Möglichkeit, um einfach mal einen Überblick zu bekommen, welche Programme auf dem eigenen Rechner in Kompatibilitätseinstellungen laufen und welche nicht. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier etwas gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020